Yo Freunde und herzlich willkommen zu einer dreistelligen Folge von Squawk Killer. Wir fangen an. Im Tor haben wir David de Gea, in der Innenverteidigung Sergio Ramos, Kompany und Kostini, rechtsmittelfeld, Juan Mata in Form, in ZM Yaya Touré und Iniesta, linksmittelfeld, Isco in Form, vorne ein richtig geiles Duellteam, Neymar 5 Sterne Skiller, 5 Sterne schwacher Fuß, Aguero Upgrade und Neymar Upgrade und Alexis Sanchez Upgrade. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim zweiten Squawk Killer. Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem zweiten Team. Im Tor haben wir Casillas, in der Abwehr haben wir Sergio Ramos, Kiki Inform und Boateng. Dann als RM haben wir Robi, als ZDM haben wir Lahm und Buskets Inform. Dann als LM haben wir Neymar Upgrade, dann im ZDM haben wir auch Fretze Upgrade. Dann im Sturm haben wir Lewandowski und Huntela Upgrade und wir sehen uns beim drittenen Squawk Killer. So Leute, hier sind wir mit dem allerletzten Squawk Killer. So, wir fangen an. Vorne haben wir Rondon in Form, der kostet 16.000 oder 12.000. Dann Gervinio mit richtig geilen Werten, 93 Tempo. Als LS, als RS haben wir Hulk mit einem richtig geilen Schuss und richtig geilen Drilligung und Tempo. Vier Sterne Skiller. Dann im Mittelfeld, Pjanic, Naingolan und Rafinha in Form. Hinten haben wir Dani Alves. In der Innenverteidigung Mathieu und Mangala. Linksverteidiger Gelb-Klischi. Und im Tor Rufio. Und das war's für heute. Haut rein und ciao. Oh! Bis zum nächsten Mal.